Frau Präsidentin, man muss die Dinge auf den Punkt bringen, meine Damen und Herren. Eines muss man klar sagen, wer heute hier die Hand hebt für die Entwürfe und Gesetzentwürfe der Landesregierung, der macht erstens einen Beitrag zur Deindustrialisierung dieses Landes, weil es zu einer Verteuerung der Energie kommen wird. Das macht Energie teuer. Ich erinnere Sie an den Vortrag des Vorstandsvorsitzenden der SRS von Dillinger und von Saarstein. Entschuldigung, das Wort hat der Herr Abgeordnete Speicher. Ich erinnere Sie an die Worte aus dem Wirtschaftsausschuss. Sie haben eben ihn zitiert. Der Kollege Rauber sagt, entscheidend dafür, ob grüner Stahl im Saarland produziert wird, ist die Frage der Energiekosten. Sie verteuern Energie damit, dass Sie an ineffizienten Standorten Windenergieanlagen aufstellen. Wer die Hand hebt heute für die Entwürfe der Minister Barke und Berg, macht seinen Beitrag zur Deindustrialisierung dieses Landes. Erster Punkt. Und der zweite Punkt. Wir sind ein Land der erneuerbaren Energien. Das gilt für die Sonne. Wir sind Platz drei der sonnenreichsten Bundesländer dieses Landes. Da müssen wir ausbauen im Bereich der Photovoltaik ein Land des Wasserstoffs. Sie werden in Saarlouis einer der größten Nekrotiseure Mitteleuropas bauen mit einer hohen Leistung. Das ist Wasserstoff ganz konkret bei uns in Dillingen und in Saarlouis. Und das Dritte ist, wer die Hand hebt dafür, dass eben neue Flächen ausgewiesen werden, der muss sehr konkret vor der Wahl sagen, wo das passiert. Und deswegen an die Kollegen, die heute gesprochen haben, das heißt für Saarlouis 25 Hektar Fläche für Windenergie. Ich möchte, dass wir genau wissen, wo Sie in Saarlouis und anderen Gemeinden diese 25 Hektar eben an neuen Windanlagen bauen wollen. Das haben die Wähler vor der Wahl verdient zu wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.